Blalonit Blalonit, Blaue Lagune, ist ein Thermalfreibad in der Nähe von Grindavikim in der Provinz Schüdyrnes auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten von Island. Hintergrund Die Blaue Lagune verdankt ihre Entstehung dem. Seine geadamische Energie bezieht es aus heißem Wasser, das mit einer Temperatur von über 200 Grad Celsius aus einer Tiefe von 2000 Metern kommt. Durch Wärmetauscher wird die Energie dieses Wassers genutzt, um ein Dampfkraftwerk mit 76,5 Megawatt elektrischer Leistung zu betreiben. Ein weiterer Teil des Kraftwerks produziert Fernwärme für die benachbarte Stadt Grindavik. Das nicht mehr benötigte Wasser wurde einfach in das Lavafeld der Umgebung abgelassen in der Hoffnung, dass es im Erdboden versickert. Allerdings enthält dieses Abwasser sehr viele Mineralstoffe, die das sonst so poröse Lavagestein verstopfen. So entstanden in der Nähe des Kraftwerks zunächst riesige Pfützen mit warmem Wasser, Silikate verursachen die milchlich-blaue Farbe. Bald nutzten die Einheimischen diesen Abwassersee zum Baden, und man entdeckte die heilende Wirkung des Wassers bei Hautkrankheiten wie Psoriasis. In der Folge wurde das Thermalbad errichtet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf der Straße vor der Blauen Lagune gibt es einen großen kostenlosen. Bitte merken, wo das Auto abgestellt wurde. Reykjavik liegt etwa 47 Kilometer nordöstlich. Die Straßen sind gut befahrbar. Keplavik ist rund 23 Kilometer nordwestlich gelegen. Mit dem Bus es gibt stündliche Bustransfers von und nach Reykjavik und Keplavik International Airport. Die Bustransfers können bereits mit der Eintrittsparte gebucht werden. Da die Blaue Lagune eine absolute Touristenattraktion ist, gibt es zahlreiche Tourangebote. Auch Kreuzfahrtschiffe organisieren des öfteren Ausflüge, oft mit einem Zwischenstopp beim Krüsovik-Geothermalgebiet. Besuch der Blauen Lagune vom Parkplatz gelangt man auf einem gut befestigten Weg-Zoom. Die Blaue Lagune ist ganzjährig geöffnet. Am Servicegebäude direkt am Parkplatz sind Eintrittskarten erhältlich. Mit dem Eintritt erhält man ein Armband mit Chip, damit werden weitere Leistungen abgerechnet. Online-Ticket kann bereits zu Hause erstanden werden. Damit ist der Besuch zeitlich abgesichert. Die Lagune ist inzwischen zu jeder Jahreszeit ausgebucht. Wenn man sicher gehen will, dass man baden darf, dann muss man rechtzeitig vorher im Internet buchen. Gepäckaufbewahrung Es gibt eine Gepäckaufbewahrung, die Taschen aller Größen unterbringen kann. Sie befindet sich im Neben-dem-Hauptparkplatz. Öffnungszeiten 1. Jan, 25. Mai 8 Uhr bis 22 Uhr 26. Mai, 29. Jun 8 Uhr bis 23 Uhr 30. Jun, 20. Aug 8 Uhr bis 0 Uhr 21. Aug, 1. Oktober 8 Uhr bis 22 Uhr 2. Oktober, 31. Dezember 8 Uhr bis 20 Uhr Preise Es gibt vier verschiedene Stufen, 2017, die man buchen kann. 6100 isländische Kronenstandard Eintritt, Silica-Schlammmaske Weiß, im Becken 8100 isländische Kronen-Chamfit Zusätzlich gibt es Leihantuch, Getränk nach Wahl im Becken und eine Algenmaske, Braun, im Becken 10.200 isländische Kronen-Premium Zusätzlich gibt es Leihbademantel, Hausschuhe, Reservierung im Lava-Restaurant, optional, und Sekt, wenn man auf Lava speist 53.000 isländische Kronen-Luxury Preis für zwei Personen in eine private Umkleidekabine Zusätzlich gibt es zu Premium noch ein Spa-Reiseprodukteset und Eintritt in der exklusiven Lounge Besichtigung im rechten Flügel des Gebäudes ist eine Cafeteria und ein Geschäft, das Artikel zur Hautpflege und teuren Souvenirs Im hinteren Bereich des Flügels ist ein Restaurant, und über eine Treppe erreicht man eine Aussichtsplattform Von den offenen Türen im Erdgeschoss hat man Zugang zu den Badebecken Tour Die Tour ist für Gruppen ab 11 Personen auf Anfrage erhältlich Preis 2000 isländische Kronen pro Person Sie ist ca. 40 Minuten lang, findet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich statt Inbegriffen sind isländische Kanapés im Lava-Restaurant, ein Blaulagunen-Cocktail in der Lava-Bar, Wissenschaftsunterricht im verrückten Labor Baden in der Blauen Lagune Zum Baden geht man in den linken Flügel des Gebäudes Dort sind die Umkleidekabinen und Ruheräume, es gibt eine Sauna und Massageräume Straßenbekleidung in einem Schließfach deponieren Vor und nach dem Baden ist Duschen angesagt Der Pool ist zwischen 0,50 Meter und 1,60 Meter tief Das Wasser im Pool ist zwischen 37 Grad Celsius und 40 Grad Celsius warm An den hölzernen Zuläufen ist die Temperatur am höchsten Witterungsbedingt kann es einige kühlere Zonen geben An einem Unterstand im Badebecken sind Eimer mit mineralhaltigem Schlamm aufgestellt, den man sich auf Körper und Gesicht auftragen und einwirken lassen kann Mehrere Bademeister sind immer vorhanden und achten auf Sicherheit und Sittlichkeit Das Fotografieren ist offiziell verboten, wobei sich speziell asiatische Touristen nicht daran halten Wer Fotos machen möchte und eine Kamera hat, die Wasser aushält, der sollte diese ruhigen Gewissens mitnehmen Einkaufen am Ausgang gibt es einen Laden mit sehr teuren Hautpflegemitteln und anderen Souvenirs Küche essen oder Getränke selbst mitzubringen und zu verzehren ist nicht erlaubt Die Cafeteria bietet einfache Snacks im mittleren Preis, bezahlen kann man auch in Euro, Kurs beachten, oder aber mit einer der üblichen Karten Das Restaurant Lava ist eher im gehobenen Preissegment anzusiedeln Im Becken selbst kann man Getränke kaufen, man bezahlt mit dem Chip im Armband Halber Liter Bier 1150 isländische Kronen, Smoothie 950 isländische Kronen, Stand 4 2017, und weitere Unterkunft neben dem Thermalbad gibt es das Es dient auch zur Behandlung von Hautkrankheiten wie Psoriasis Doppelzimmer kosten ab 270 Euro Gesundheit Das Wasser lindert nachweislich Schuppenflechte und andere Hautkrankheiten Wegen der hohen Wassertemperaturen sollte man auf seinen Kreislauf achten und einen zu langen Aufenthalt im Wasser vermeiden Ausflüge Eventuell kleine Wanderung auf den 229 Metern hohen Vulkankegel Torbjanafell Laut OpenStreetMap führt ein Wanderpfad hinauf Infos zu Gangbarkeit, korrekte Karte in OpenStreetMap Und Pfadbeschaffenheit liegen mit Stand Oktober 2015 aber nicht vor Wanderschuhe sind aufgrund des Lavageländes aber sicher sehr sinnvoll Streckenlänge ab Parkplatz Blauer Laguna rund 2,5 bis 3 Kilometer einfach bei knapp 200 Höhenmetern